Hallo, herzlich willkommen zurück zur Let's Play Star Wars Battlefront 2 Soforteinsatz. Heute mit der Map Endor. Wir nehmen die Rebellen und werden dem Gehere, Gehere, um natürlich, dem Imperium jetzt mal eins auf die Mütze geben. Aber so richtig saftig. Das Gute ist, wir sind getarnt, da wir im Wald sind. Mannschaft, hallo? Ach, ich kann da jetzt nicht hoch, oder was? Ah, schön, da wär's, oder? Kommandoposten eingenommen. Da oben wäre ein perfektes Sniper, aber man kann auch selbst perfekt gesnipert werden. Gut. Okay, geht's runter, ja. Uh, warte, da war einer. Ist doch ein Bein, ich hab's doch gesehen, er war gut. Da ist er bei. Okay, unsere Armee kommt. Aber warte, unter mir ist schon ein Kommandoposten, sag's mir doch. What the fuck, genau deswegen war hier ja rein. Kommt doch her. Stauchgegnerisch, nein. Ist gut, ich will kommen hier gleich wieder hoch. Auch wenn uns das nichts hilft. Wir haben einen Kommandoposten dazugewonnen. Sie verlieren Verstärkungstruppen. Was ist mit Verstärkungstruppen? Ah, ein Sniper. Der wird mich nicht online. Einfach durchlaufen, dann treffen sie eigentlich. Schätze ich jetzt mal. Oh Gott, wie viele. Da ist in der Bäumenverstärkung endlich die Besserung. Das war Hans Solo, nein. Hast den Kerl. Einfach nicht stehen bleiben. Ich dachte, ich soll kommen. Das. Das heißt. Oh, doch. Das heißt ja lecker, aber. Du kleinig. Oh, nicht. Gut, wir haben die... Oh, wie heißen sie denn? Verdammte! Oh, wie heißen diese blöden Bären? E-Boost, genau. E-Boost. Ich habe das kein Life, aber ich mache es jetzt. Ich bringe die noch ein bisschen. Nicht weggehen. Oder ich mache es mal Sniperung. Das war klar, dass er mich umbringt. Ich glaube halt in einer Linie nach hinten. Naja, irgendwie klar, oder? Ich nehme jetzt auch mal einen Sniper. Ich hole schon der Kommando-Posch. Nein! Hallo? Du stirbst, wenn ich es sage. Ich sage... Nein. Hier soll einer sein. Genau wo mir. Oh. Ja. So. Ah, da hinten kommen sie schon wieder. Gut, ob ich mein Kommando-Posch. Das kann alles in E-Boost. Plop, 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 plop. Lauf. Ey, ich hatte dich. Und ich schnauze. Da ist der E-Boost. Wo, 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 wo. Wo, da. Ich denke das. Da noch einer. Ja. Ey, du Penner. Komm doch her. Wo du seien. Scheint bei mir, ne? Na ja, egal. Zack, zack. Zack, zack. Der müsste tot sein. Oh, das ist doch mal. Ey, ich habe mich nicht gegen eine Frau umgeschossen. Ich bin gar nicht voller. Bin ich denn eigentlich? Der hat auch nicht viel richtig. Na klar, auf nichts. Und jetzt und wieder nichts die Richtung ändern, oder was? Ich denke, es ist einer Strauch. Der Feind hat einen Kommandoposten eingenommen. Von 24 Füße, von 25 Gegner. Mein Gott, das ist fast ein Problem. E-Boost. Warum läuft der Moonwalk? Hallo? Stirb doch. Ach, du heilige Kacke. Das. Ey, nicht so schnell. Warte mal, hier ist doch ein Spand. Ach so, da unten. Ah, er ist leer. Jetzt nehme ich ihn. Nein, mit. Gott ist der Lahm. Lauf in die Richtung. Schieß die Ahnung ab. Nein, ich will nicht anzahlen so durchgehen, du Penner. Ich vernichtet keine Sau. So, da drüben wir schnappen, komm mal raus. Versteht nicht. Roger, verstanden. Ne, nur noch vier Stück. Schreiten Sie den Gongan aus. Schreiten Sie den Gongan aus. 10, 4. Wir verlieren Verstärkungsdruck. So, falls ihr drinnen eine Rische schätzt. Na, da ist keiner, weil da meine ich. Ein E-Book nimmt das ein. Geil. Danke, E-Book. Was ist los? Wah! Wie ist es? Du hast da einfach ganz gechillt rein. Scheiße, das ist schon geil. Bring ihn um, Kumpel. Ah, ein Lebensautomal. Genau, das brauche ich. So. Vergiss es doch! Das! Böse. War mir. Wir haben einen Kommando. Kriegsel. Sieg in 18. Sie verlieren Verstärkungstruppen. Guck, ein Sniper-Hein-Dekon. Ich kann jetzt nicht so weit. Drei, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, zero. Sieg. Ziemlich nett. Findet ihr auch nicht? Ich auch. Gut, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Mission wieder, Leute. Tschö. So, Leute. Hier sind wir jetzt in... Velu... Velucia, doch. Wir nehmen die Republik. So, und nun werden wir mal diesen Penner gehörig jetzt auf die Mütze geben. Lieb ja... Letztes Mal nicht so gut, als er mit ihr noch gelacht hat. Das ist die letzte Mission, weil es nicht gelacht hat. Weil am ersten Letzt-Leader von mir... Weiß es jetzt so schön anzusehen. Wir haben die Kontrolle über ein Kommandoposten frei. So, nun ein Reload. Wow. Ach so, wir können schon als A-Lastic T-Rush spielen. Gleich. Mit nur ein paar Metze. Wir holen mal eine Granade rein. Okay, ich will doch lieber sie spielen. Ich hab keinen Bock, jetzt zu sterben. Ich hab keinen Bock, jetzt zu sterben. Ich hab keinen Bock, jetzt zu sterben. Niemals! Das ist schon so. Lag nicht. PC. Der scheiß Update kann schon noch mehr machen. Du bist doch her, ey, ey. Bei der Rakete könnt ihr gleich in den Arsch stecken. Na, du hast ja nicht mal einen Arsch. So, erstmal das hier einnehmen. Blimmschen Sieg bei Kompass. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Meindliche Verstärkung wird erschöpft. What the fuck? Wer hat mich gerade mit dem Arsch, der abgeschossen ist. Verloben, aber nicht die Schlacht. Noch ein Kommandoposten unter der Kontrolle der Republik. Meindliche Verstärkung wird erschöpft. Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle. Wie geht's Ihnen heute? Kommandoposten wird angegriffen. Nein, nicht du. Nicht du. Störb. Hier kommen jetzt ziemlich viele rausgespawnt, deswegen kann ich schön ein paar Kills absahnen. Ja. Und schön gegnerische. Hallo? Schmerzunfair. Nein, 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 nein. Den wirst du mir nicht wegnehmen. Wo bist du? Da. Ja. Hallo? Warum steht da da rum? So, ich bin nicht unheiligt. Hallo? So geht das. So geht das. So geht das. Das sind wirklich ein Superkopf, die die nichts drauf haben. Der wahrscheinlich auch nichts drauf, da ich nicht mal den Trepp. Also, das ist schon der Traum. Aber es wird keine mehr auf. Nun gut. Das war es. Das war es. Ich hatte uns keine Sau. Geschehen niemand? Scheint nicht. Ich glaube auch, ich war hier noch Überbevölkerung. Jetzt kann ich nicht. Sauer aber nebenher auch heilen ein Kommandoposten ist vorhin schon angeregt hat 1342 Oh! 49 Kiki-Killt angeben also 48 weil ich den Teil der Angehörigen aber die 50 Schatten oder sind Kommandoposten haha ich konnte so gekackte Wagner kommen das muss hier dauern wo? Schalten Sie den Kampfdruiden auf! Scheiß Techniker! Die Republik hat einen Kommandoposten unter ihrer Kontrolle! Du, alleine hast du keine Chance, man! Warum? Waagst du das überhaupt? Selbstmod gefährdet, oder was? So, jetzt geht es zu Beginn nicht sehr schlau! Du stürzt! Aber nicht die Schlacht! Seitdem ich den Nachteil bei Druidik habe ihn eingerollt, ich hatte fast keine Chance mehr, es überhaupt auszurollen, und dann seinen gekloppten Schutzschutz. Wenn genau wie der eine hkelt, auch das ist ja so schwer. Wir haben groß, dass wir uns anhalten, das wir jetzt brauchen. Aber jetzt wir dann! Mal sehen, wir können ja auch mal mehr! Sie müssen doch nicht! Dann! Neu! Diese neungedeckt sein! Da haben wir wohl auch mehr als ein Ausgründer�! Was dann jetzt hier? Die Ststellung, das bedeutet dann! Das ist ja eine sehr ausgesellschaftliche Stütze von mir! Ich habe jetzt schon etwas zu tun! Aber das tut das ist ja auch nicht! der Lager wurde an mir vorbei sagt doch bitte noch eine ich sehe es doch what then so da sogar 3 oh 3 okay Triple kill du auch noch nö die schießt unter dem durch natürlich oh das ist sogar noch weg schreit das wenn du den Scheißroman und auch dort steht deine Träger sagst mir halt ein Kommandoposten ist unter den Kontrollen der Helplink wir verlieren Verstärkungstruppen weiter so oh du redig kannst komm hoch her warum rollt er sich jetzt in diesem Moment aus dummer da ist einer ja ich das ist keiner schon ein Kommandoposten unter den Kontrollen der Helplink oh noch einer lebt feindliche Verstärkung wird erschöpft wo ist dieser eine Map weiter so scheint keine Ahnung wo der ist nun gut ah oh mein doch gut hm ah doch ich sehe wo der ist da der den einen hier grad umbringt hier irgendwo muss der sein verdammt das ist ein verlassenes Schlachtfeld oder nein weil hier noch der Baum ist vielleicht da drinnen nein egal wir haben Krieg gewonnen wahrscheinlich wollte ich es noch umbringen so dann wärs das auch für diesen Part gewesen mal schauen was wir so haben haben wir geschaffen 74 umgebracht 1 2 3 Sterne haben wir irgendwas gekriegt ausdauert Kriegsheld Wächterrasserei ach du scheiße ach du scheiße gibt es eigentlich einen höheren Rang als General weiß ich grad gar nicht wo er zerstört 0 muss ich auch mal wieder üben gut dann sehen wir uns im nächsten paar Leute tschau